Guten Tag, Herr de Pablos, Sie sind Country Manager bei Imaginarium. Können Sie uns kurz das Geschäftskonzept erläutern? Ja, Imaginarium wurde in Spanien in 1992 gegründet, mit einer klaren Philosophie, den Eltern zu helfen, eine bessere Kindheit für ihre Kinder zu schaffen. Und diese Philosophie verkörpert sich in alles, was wir machen, in unsere Produkte. Die sind unsere eigenen Produkte, die wir selber entwickeln, damit die Kinder bestimmte wichtige Werte dabei beim Spielen lernen. Zum Beispiel, zusammen spielen mit den Eltern, finden wir sehr wichtig, dass die Neugier und die intellektuelle Kreativität wird gefördert mit unseren Spielen. Dazu kommt unsere schöne Lade mit einem schönen Visual Merchandising und natürlich, wir bieten auch eine sehr freundliche und fachliche Beratung mit unseren Mitarbeitern. Und die Mischung von all diesen Konzepten, die letztendlich sind für unsere Philosophie, das macht uns Besonderes. In jedem Imaginarium-Laden gibt es zwei Eingangstüren, eine für Kinder und eine für die Erwachsenen. Warum ist das so konzipiert? Was ist das Besondere für die Kinder bei Imaginarium? Ja, genau. Das entspricht ein bisschen unserer Philosophie. Wir haben zwei Türen, weil wir wollen mit unseren Spielzeugen beide Zielgruppen, die Eltern und die Kinder, befriedigen, damit die zusammenspielen und zusammen diese Werte für ihre Kinder schaffen. Und deswegen haben wir diese zwei Türen, weil beide sind sehr wichtig für uns. Sie suchen derzeit Franchise-Nehmer für ganz Deutschland. Was müssen diese an Anforderungen mitbringen? Müssen sie eine bestimmte Ausbildung haben? Ja, wir haben weltweit 33 Länder. Wir haben in Deutschland letztes Jahr angefangen. Und wir suchen jetzt Franchise-Nehmer für Deutschland, die diese gewisse Sensibilität haben. Und die wollen auch zusammen mit uns eine bessere Kindheit für Kinder schaffen. Zuerst, was wir brauchen, sind diese Leute, die sich gut fühlen mit unserer Philosophie, eine bessere Zukunft für alle zusammen zu schaffen. Und das ist das Besondere, eines der bei unseren Franchise-Nehmern. Diese Sensibilität, natürlich eine Erfahrung im Einzelhandel, aber hauptsächlich mit unserer Philosophie, sie kommen gut zurecht. Was bietet das Franchise-System Imaginarium denn den Franchise-Nehmern? Gibt es bestimmte Schulungen? Welche Unterstützung können Sie erwarten? Ja, wir bieten ganz von Anfang an eine Standortanalyse, damit wir zusammen entscheiden, welcher ist der beste Platz, welcher ist dafür geeignet, damit unsere Philosophie sollte auch dementsprechend in den Standorten, den wir finden, repräsentiert sein. Danach machen wir zusammen einen Businessplan. Dieses Businessplan kann dann zusammen zu der Bank gegeben werden, damit die Finanzierung der Franchise-Nehmer bekommt. Und danach, wir bieten auch Hilfe bei der Rekrutierung von den Mitarbeitern. Das ist auch ganz wichtig, weil wir sollten auch wirklich Mitarbeiter, die freundlich und zu den Kunden wirklich beraten können. Und danach, wir bieten ständige Schulungen jeden Monat. Wir besuchen den Franchise-Nehmer und wir helfen, ihnen, ihr Geschäft besser zu verwalten. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.